Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Und natürlich steht eines eurer absoluten Lieblingsformate an, nämlich Will's Bin. Wieder haben sich einige zusammengefunden, die ihr Schicksal, ihr Glück herausfordern wollen. Ja, eine bunte Mischung steht schon mal hier, aber die Autos werden wir eh gleich nicht mehr sehen. Also warum suchen wir uns eigentlich immer so wunderschöne, pinke Autos raus und dann fahren wir sie am Ende doch nicht. Ja gut, pink können wir sie trotzdem machen. Ne, Handsome-Buber? Das ganze Geld wird in die pinke Farbe investiert, das ist der Plan. Also heute mit dabei der Andi, der Challenger, der Handsome-Huber, habe ich schon gesagt. Der Nowdenl-Pixel-Lux, der Broskiller, der Kolob, der Renegade, der Simpliel, oder so. Sucuk und Scarface, grüßt euch alle. Hallo. 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 Einen wunderschönen. Ja, an die Leute oder an die Zuschauer, die das, ja, Will's Bin-Format noch nicht kennen, solche Leute soll es auch geben. Da gebe ich jetzt einmal mal die Schnellerklärung. Wir fordern unser Glück heraus. Wir drehen dreimal am Rad, notieren uns, was wir gezogen haben und dadurch oder damit können wir dann, ja, irgendwas aufbauen. Hoffen wir zumindest mal. Und, ja, am Schluss fahren wir mal ein paar Rennen oder ein paar Minispiele, ne, Andi, ähm, gegeneinander und, ja, haben wir einfach Spaß und so weiter und so fort. Aber einfach Folge schauen, das erklärt sich von selbst oder eine der älteren Will's Bin-Folgen in der Multiplayer-Playlist einfach mal suchen. Und da wird es auch nochmal ausführlicher, wahrscheinlich erklärt. Aber, ja, verdienen wir gar nicht so viel Zeit. Ich würde sagen, jeder ran an die, äh, an die Spins, ja, wer schon Spins noch übrig hat, so wie ich zum Beispiel. Und, aber ein VIP-Bonus, den VIP-Bonus bitte runterrechnen. Also, ja, ihr seht es ja, ob es ein VIP-Bonus ist oder nicht, ne? Also, es soll ja nicht das Problem sein, ja, genau. So, und bitte nicht verraten, was ihr zieht, weil das würde das Ganze ein bisschen kaputt machen und so. Wie viel kostet nochmal ein Horizon-Vspin? Viel zu viel. 70.000. Also, man geht, man geht auf jeden Fall mit Minus raus, so. Leck mich doch am Arsch, ey. Ah, ich auch. Okay, warum auch nicht, ne? Okay. Ba, ba, ba. Eine Million gibt's leider nicht im Spin. Äh, 2.000. Oh, jo, okay. Es gibt auch nochmal als Hinweis, wenn man unter 10.000 zieht, dann ist der Spin für, also kann man vergessen, das ist quasi wie so ein Freilos, das wirft man weg. Nice. Nochmal, weil sonst kriegt man, kommt man so nix zustande, ja, nochmal so als Hinweis. Warum ich das wohl gerade gesagt habe. Warte, wie viel Geld ist das denn jetzt hier, ey? Ey, das ist ja schon wieder geil. Mann, ich muss jetzt zum zweiten Mal neu ziehen. Doch. Dürfen wir schon mal ein Festival. Genauso gibt's ne, das machen wir zusammen. Ja. Bei mir dauert's ein bisschen länger. Alles klar. Bei mir hat's auch länger gedauert. Auch der Hinweis, auch der Hinweis, Autos, die schon mal in Reelspin-Formate drankamen, die darf man nicht mehr verwenden. Wenn man die im Spin zieht, dann muss man sie zur Hälfte verkaufen. Zum Hälfte des Preises. Auch nochmal der Hinweis. Als ob ich nochmal neu ziehen. So. Wer hatte die Sorge schon mal, dann springe ich mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Videobeweis. Videobeweis. Okay, ich hab Glück. Das war Viper. Da weißt du ja, was du jetzt zu tun hast. Ich glaube, ich weiß schon mal, was ich heute fahren werde. Das ist okay. Alles klar. Da hat jemand einen Bass aufgedreht. Ja, wenn man Horizon spielt, dann schon richtig. So eine Box hätte ich auch gerne. So, dann können alle... Boah. Proskiller, entweder geht dein Mikro nicht oder du hast gerade echt den Bass am Stein. Äh, nein. Ja, okay, dann mach den Bass aus. Ich spiel über Headset. Dann mach's trotzdem den Bass aus. Hahaha. Was the fuck? Ah, mein Mikro ist zu stark eingestellt. Entschuldigung. So, also alle schon mal mehr oder weniger zurück zu... zu irgendeinem Festivalgebiet. Dann haben wir wieder 15 Minuten Zeit, sich einen Designer auszusuchen, zu tunen. was auch immer, es pinkt anzumalen. Ich wollte gerade sagen, Design sollte ja schnell gehen. Ja, kommt davon an. Wie aufwendig du deine pinken Farben drauf pinselst. Es gibt einen Standard-Pinkton, der muss einfach drauf. Ah, der Standard-Pinkton ist ja langweilig. Ich habe mir jetzt gedacht, dass du am besten so Metall-Volade-Pinkton oder sowas verwendest. Okay, Herausforderung angenommen. Ja, okay. Will ich auch hoffen. Gut, dann würde ich sagen, sind alle bereit, mehr oder weniger. Äh, ja. Ja, ich bin bereit. Gut, ich werde den Channel verlassen, damit ich mit dir als Zuschauer kommunizieren kann. Dann können die sich auch unterhalten. Aber, äh, kleine Bitte, ja, verratet euch nicht gegenseitig, was ihr habt, weil sonst ist ja der Witz weg. Gut, dann würde ich sagen, dann geht's los in 3, 3, 2, 1, go, go. Da hat man noch ein schönes Echo gehört. Ich bin jetzt wieder in einem separaten Channel. Also, kurz zu dem, was ich gezogen habe. Ich habe hier 25.000 Credits gezogen. Die 7.000, die kann ich ja wegwerfen, weil es unter 10.000 war. Dann habe ich eine M5 gezogen und der M5 hatten wir aber schon mal in der Folge, wenn ich mich nicht täusche. Da muss ich mich jetzt aber nochmal vergewissern, welcher M5 das war. Wir haben nämlich keinen, äh, Jahrgang, äh, nee, doch, wir haben einen Jahrgang angegeben, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, äh, den habe ich, nee, habe ich den gezogen oder habe ich, den habe ich gezogen, ne? Den 88er. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob wir den schon mal hatten. Nee, den hatten wir noch nicht. Den 88er, okay. Das ist interessant. Ähm, das heißt, der ist jetzt neu. Das heißt, ich muss den, glaube ich, verwenden, weil das zweite Auto, was ich gezogen habe, war der Nissan 370Z. Der hatte den Wert. Das billigere Auto muss ich nämlich loswerden. Das muss ich gerade mal schnell schauen. Dum, 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 dum. Kriegen wir alles hin. Da, da haben, oh, ich habe ihn schon, ich weiß, es hieß, ich habe ihn schon, aber ich dachte, ich habe einen aufgebaut. Egal, jetzt habe ich zweimal Stock. Der hat nämlich den Wert von 40.000, das heißt, den gebe ich ab für den Hälften, die Hälfte des Preises. Das heißt, ich kriege 20.000 nochmal dazu. Und, weil den billigeren muss man ja abgeben. Und dann kann ich jetzt in der Summe 45.000 ausgeben für den M5. Das heißt, es wird wieder mal eine Folge sein, wo ich natürlich wieder ein totaler Scheiß habe. Aber man kann ja nicht immer so viel Glück haben, wie in der letzten Wheelspin-Ausgabe. Diesmal habe ich leider ein bisschen Pech gehabt. Was soll's. So, dann gucken wir mal. Wo haben wir ihn jetzt wieder? Wir alle hatten von den M5, haben wir den 95er und den 2012er. Den hatten wir schon weg. So, den habe ich ja gezogen, oder? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, der ist ja eh der 635, sehe ich gerade. Da habe ich mich gerade verguckt. Genau, den hatten wir schon und den eben noch nicht. Also, nehmen wir den jetzt als Basis. Und 45.000 Credits können wir da investieren. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas, ja. Das ist ja, kann man mal gucken, was wir draus machen können. So, zack. Upgrades. Individuiertes Upgrade. So, Motorswap ist wahrscheinlich wieder zu teuer. 17,9. Uh, der ist relativ günstig, der Motor. 9.000 nur. Ah, das ist ein V10-Motor. Äh, V8. Der 6,2 Liter. Wäre ein bisschen eine Schande, weil es ein Mercedes-Motor ist, der 6,208. Ähm, ja, 9.000 auf jeden Fall. Ne, ich glaube, wir bleiben beim Serienmotor. Wir könnten aber ein Turbo dazu knallen. Ist relativ günstig sogar. Oder ein Kompressor sogar. Das ist noch günstiger. Ähm, ich glaube, wir nehmen aber den Turbo mal. Verschärfen das Ganze mit dem Turbo. Ich, soll mal ein Allrad einbauen. Ich meine, bei Wheelspin geht es nicht unbedingt um, um die Ästhetik oder sonst was, sondern vielmehr um, dass es praktisch ist. Ich mache ihn mal dazu. Um rechts sehen wir ja die Kosten aktuell. Was kann man hier denn optisch machen? Wahrscheinlich nur die Forsa-Spoiler-Splitter-Gedönsenzen. Dönsenzen. Lassen wir da mal weg. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Also, was auf jeden Fall rein muss, das hat mich die, das Format gelernt, ist auf jeden Fall ein Getriebe und die Kupplung. Ohne das geht einfach nicht. Äh, so, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt da machen. Am besten, bauen wir einfach schon mal auf Leichtbau. Ja, das ist günstig. Das bringt was. Das ist alles teuer. Ja, ich könnte, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Leistung. Ich mache einfach mal alles an Leistung. Das, was übrig bleibt, das hauen wir dann noch in den Rest rein, weil ich glaube, Motorteile sind relativ im Verhältnis zu Kripp-Teilen relativ günstig. Deswegen hauen wir einfach mal Leistung rein, was geht. Und den Rest machen wir dann noch. So, Cupra noch ein bisschen. Vier Liter, klar, easy. Der Turbo könnte jetzt noch mal ein bisschen teurer werden. Ja, okay, also viel geht nicht mehr. Was kostet denn eine Schwungscheibe? Ist die teuer? Oh, das ist halt schon teuer für das, was sie bringt. Ja, dann lassen wir es lieber mal. Wie sieht es mit dem Ladeluftkühler aus? 2000, okay, der bringt auch nochmal, würde auf jeden Fall ein bisschen Leistung bringen. Da hätte ich 418, ich mach das kurz mal rein, da hätten wir jetzt 35.000 weg. Gut, wir haben jetzt noch ein paar andere Sachen. Sagen wir mal 30.000 weg für nur den Motor. Haben 418 kW und 604 Newtonmeter. Äh, 604 Newtonmeter. Wenn ich jetzt doch einen Motorswap mache, bin ich dann vielleicht sogar günstiger. Das muss ich gerade nochmal kurz gucken. Der ist auf jeden Fall, der Motor ist, der Rost 36 ist aber stärker. Der 6,12 V8 wäre auf jeden Fall günstiger, ne? 22,5. Also ich, ich gehe die Schande ein. Da hauen mich jetzt wieder ganz viele. Hätte ich es nicht erwähnt, hätte es keiner gewusst. Ich baue den 6,2 Liter aus dem C63 AMG Black Series ein. Der ist anscheinend besser. Ich probiere es mal aus. Ich setze mal alles nochmal zurück. Ja, ist ein bisschen ausprobieren jetzt. Aber man muss halt, wenn man nicht so viel Geld hat, muss man da ein bisschen überlegen, wie man es macht. Äh, Einstellung verwerfen nochmal. Und, äh, dann gucken wir doch mal, ob wir nicht sogar günstiger sind, wenn wir dann den V8 einbauen. 380, ups, da springt das Auto hoch. So, und da jetzt drauf den Twin Turbo. Sind wir auf jeden Fall schon mal günstiger. Wir haben mit unserem Motor nichts gemacht, aber wir haben von der Leistung, von den Leistungseckdaten sind wir ähnlich. Ja, oder sind wir jetzt schon deutlich stärker. Also von dem her, da haben wir noch mal Geld gespart. Es geht halt auch ums Geld sparen. Ähm, genau. Und jetzt gehen wir nochmal, dann doch nochmal hier hin. Und dann bauen wir auch das ein, wie gerade eben, nämlich Kupplung. Kostet halt 2000, die Kupplung. Ist auch nochmal 2000. Aber sind wir jetzt schon mal günstiger, auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch 15.000 über, haben deutlich mehr Leistung, wie gerade eben. Und, ach, den Allrad hatten wir noch nicht. Stimmt, den Allrad müssen wir auch noch einbauen, dass wir da auf denselben Preis ungefähr kommen. Ja, sind wir ähnlich, sind wir ähnlich, ne? Oder, was? Ne? Ach ne, den Hammer, was ist denn der jetzt gekostet? Moment, ist er, gekauft habe ich ihn nicht. Ne, 4,5. Genau, 4,5. Und dann sind wir bei 30. Ja doch, dann sind wir schon billiger, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, dann haben wir hier die Twin Turbo drin. Das heißt, am Motor machen wir jetzt gar nicht mehr so viel, würde ich sagen. Da gehen wir jetzt eher Gewichtshammer schon drin, ne? Genau. Dann, äh, machen wir jetzt noch vielleicht die Federn, Bremse, rein, auf jeden Fall. Stabis und so weiter sind halt ziemlich teuer, auch wenn man was einstellen kann, aber lassen wir mal. Jetzt gehen wir eher mal zu den Reifen und die Mischungen sind sehr teuer. 4,5, 9, 9.000 kost, kostet halt eine Rennreifenmischung, würde aber halt schon massiv viel bringen. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass wir sogar die Sportreifen nur nehmen. Wie sieht es mit einer Reifenbreite aus? Okay, das geht noch vom Preis. Machen wir das mal so und vorne auch noch mal ein bisschen. Okay, da geht jetzt halt natürlich nicht mehr viel. Sicht dann mal auf die Stabis, weil die doch ein bisschen teurer sind. Ah ja, das kann ich nicht machen. Dann mache ich doch noch mal ein bisschen Motorleistung, weil Leistung ist immer, das ist zwar unfahrbar, aber ist scheißegal, äh, Leistung bringt immer was. Jetzt müssen wir gerade gucken, das ist alles viel zu teuer. Was kann ich denn da noch machen? Tausend, äh, irgendwas knapp über, oh, ich glaube, da geht gar nicht mehr so viel, ne? Passt mal auf, dann machen wir das jetzt doch anders. Dann hauen wir doch die Kupplung nochmal weg. Ah, die ist ja gar nicht drin. Okay, die habe ich ja gar nicht gemacht. Okay, okay, okay. Das Getrieb aber auch nicht. Oh, oh, weil ich ja den Allrad, äh, ich Idiot. Okay, Moment, da müssen wir kurz umdisponieren. Dann, achso, und Diff haben wir auch noch nicht, ne? Okay, dann verzichte ich mal drauf. Dann müssen wir, dann, doch, nicht ganz die breiten Reifen machen, vielleicht. Puh, wir müssen trotzdem irgendwo noch sparen. Irgendwo müssen wir sparen. Wo sparen wir denn? Dammt. Irgendwo müssen wir sparen. Also, Renngetriebe muss rein. Dann nur die Sportbremsen vielleicht. Ja, Sportbremsen. Ja, und ich glaube, viel mehr geht dann ja auch nicht mehr. Halt für so wenig Geld kriegen wir, glaube ich, nichts groß eingebaut, oder? Das kostet zu viel. Diff, ja, kostet auch so viel. Kostet alles um die 2000 rum. Und ich glaube, beim Motor, werden wir jetzt auch nicht groß noch fündig werden. Da wird nichts mit 300 kosten, oder? Oder Schwungscheibe, oder 720, das ist ja fast schon das günstigste, oder? Aus nach 100, 600, das, nee, geht nicht. Aber wir haben immerhin 472 kW, 770 Newtonmeter, Drehung immerhin auf 1,2 Tonnen. Das ist, glaube ich, von der Leistung sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Also, ist okay für das, dass wir wieder nichts Besonderes gezogen haben. Ich glaube, ich lasse es mal so von den Einbauteilen her. Ist natürlich, ja, mit Allrad, ja, das X-Drive, ich meine, wie der neue M5 hat auch Allrad, von dem her alles gut. Und auch ein V8 Turbo, von dem her alles gut. Wir haben ihn einfach noch modernisiert. Dass es ein Mercedes-Motor ist, lassen wir jetzt außen vor. Ja, okay, also seid da nicht böse, es geht hier mehr um den pragmatischen Zweck. Nicht um ästhetische, moralische oder sonstige Gründe. Dann machen wir das so, dann bauen wir das ein. Ist auf jeden Fall ein netter Leistungsschub. Ja, muss ich halt sagen, ich habe halt wieder wirklich eine absolute Rotze gezogen. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, in dem Reelspin-Format, da habe ich einfach nicht so Glück. So, jetzt gucken wir mal vom Design, da suchen wir jetzt irgendwie so was Verrostetes oder so. Ja, ein Verrosteter M5, wie kann ich nur. Aber es ist so ein bisschen, soll so ein bisschen das Lieber-Bild sein, oder? Machen wir das so. Nach was suchen wir da jetzt am besten? Meint ihr, jemand hat es auf Deutsch eingestellt? Ich suche mal nach einem deutschen Begriff, dann können wir immer noch gleich nach dem englischen suchen. So, gucken wir mal, was wir da so finden. Ja, okay. Okay, das hat schon was, so ein bisschen. So Polizeitür noch, so Taxi und so weiter und so fort. Könnte man, könnte man schon machen. Ich gucke aber gleich mal nach dem englischen Begriff nochmal. Ob man da was finden. Rust. Da was finden. Oh, da findet er auf jeden Fall schon mal ein paar mehr Sachen. Okay, vom Prinzip sehr ähnliche Designs. So was selbe Design. Das ist, okay, das sind schon ein paar coole dabei. Das hat auch was, muss ich sagen. Schon ein paar coole, also sieht schon geil aus. Halt auch hat was, finde ich so. Aber das, irgendwie, irgendwie catcht es schon so ein bisschen. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich, also das hier finde ich richtig gut gelungen. Das finde ich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme das hier tatsächlich. Ja, so ein quasi so, so ein Haimaul, was noch so irgendwie symbolisiert. Ja, hier ist Power vorhanden, aber doch halt schon irgendwie verrostet. Ist doch schon irgendwie in die Jahre gekommen. Das können wir mal machen. Ich hoffe, er hat die Felgen lackiert, weil ich glaube, mit den Serienfelgen sieht es ein bisschen komisch aus, mit der Farbe. Aber, ja, für Felgen hatte ich jetzt definitiv kein Geld, weil Felgen sind scheiße teuer. Ne, das sind die Serienfelgen. Ach, was soll's. Das hätte ich dir jetzt auch irgendwelche dunkleren oder so genommen. Egal, wir nehmen den jetzt einfach und dann gucken wir mal, wie er sich fährt und stellen auch noch mal ein bisschen was ein. Wir haben aber gar nicht mehr so viel Zeit. Ich habe jetzt ziemlich viel Zeit für die Teile verwendet, aber die sind hier, glaube ich, ausschlaggebender. Wir haben jetzt noch zwei. Ja, man hört halt so vor, dass ein... Ich gucke gar nicht, was der hat. Das interessiert mich nicht. Ich fahre gleich mal weg. Also er geht gut nach vorne. Ja, das ist schon mal das Wichtige. Kurven sind natürlich komplett überbewertet. Aber ich fahre jetzt trotzdem mal hier irgendwie in die Stadt oder so und dann gucken wir mal, wie er so die Kurven nimmt. Viel Zeit habe ich eh nicht mehr. Okay, Getriebe könnte ich glaube ein bisschen länger noch machen. So. Fährt sich aber schon eigentlich okay. Ein bisschen untersteuert natürlich, aber das ist fast schon normal. Diff haben halt nicht eingebaut, da können wir jetzt nicht viel ändern, aber wir können ein bisschen noch was einstellen. So 0815 Tuning, das muss jetzt passen. Ich kann es gar nicht groß testen. Wir machen ein bisschen weniger Druck... Oder ein bisschen... Ne, wir machen ein bisschen mehr. Ich riskiere mal ein bisschen mit ein bisschen mehr zu fahren, bis es ein bisschen knackiger ist. Ist natürlich... Wobei... Ja, geht auch nicht. Also hinten weniger. Hinten können wir mehr oder weniger so Serien lassen. Hinten machen wir ein bisschen weniger. So ist glaube ich besser. So, Getriebe können wir ein bisschen in die Länge ziehen. 2,5 Sekunden. 2,6 Sekunden. Runden war es mal richtig. Ich probiere noch mal ein bisschen mehr, ob wir noch mehr Topspeed rausholen. Ich glaube fast nicht, oder? Oh doch, da geht sogar noch ein bisschen. Was ist Topspeed technisch? 300. Oh, die Zeit ist gleich fertig. Ja, ich lasse jetzt so. Es ist fast 300. Da machen wir ein bisschen mehr vorne. Vorne, äh, ein bisschen Duats machen war. Nicht so viel. Dann machen wir das so. Da kann ich nichts ändern. Federn. Äh, mach ich mal. Ne, können wir so lassen. Das glaube ich für Offroad reicht's. Vorne machen wir es so. Und hinten tatsächlich ein bisschen mehr, obwohl das Gewicht vorne liegt. Dämpfer machen wir. Drehen wir den Spieß auch ein bisschen um. Einfach um mehr den Arsch kommen zu lassen. Durch den Allrad bedingt. Machen wir das jetzt so. Dada, das. Ah doch, ein bisschen können wir es am Diff ändern. Tatsächlich aber nicht viel. Äh, dann machen wir da ein bisschen höher. So, und das, ja, das lassen wir kommen. Scheiß drauf. Und dann übernehmen wir das Ganze. Und die Zeit ist auch gerade fertig. Also gerade perfekt getimt. Dann, äh, ja, gehe ich hoch und beenden das Ganze. So, meine lieben Kinder. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig was aufgebaut und einen schönen Pinkton gefunden für euer Fahrzeug. Was ganz Besonderes nüftig. Uh, freu mich. Ja, dann würde ich sagen, einfach direkt zum, äh, Flugplatz Porzensen. Äh, einfach, ja, da, wo wir uns immer treffen. Und dann bin ich ja mal gespannt, was wir da so Schönes zusammenbekommen haben. Wie immer habe ich natürlich das perfekte Losglück gehabt. Also ihr habt eigentlich gar keine Chance. Ja, sonst, da freue ich mich drauf. Hey, du wirst dich freuen. Bin ich jetzt bei. Wenn ich so das... Simpli? Ja? Den Gag mit der Viper im, äh, Lightning McQueen Design habe ich in meiner ersten Whirlspin-Folge schon gebracht. Da hatte ich aber die neue Viper. Okay. Die habe ich nicht geguckt, sorry. Ich hatte erst so ein schwarzes, aber das war so langweilig. Ja, ich habe ein Opas Werkstatt geguckt, ob er da noch irgendwas rumstehen hat. Und dann war da noch so ein verrostetes Auto. Aber das sah sehr aggressiv aus, trotz des Rostes. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehmen wir das. So jetzt zu der Geschichte. Sie war natürlich komplett anders, aber ist egal. Man muss ja das alles in der Geschichte verpacken. Und ich habe den Ladebildschirm des Todes. Also, Challenge, du hast ja mal verkackt. Wow. Ja, ja, ja. Mein Gott. Da ist mein Fabenkollege. Da, 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 da. So. Na, la, 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 la. Alter, wie viele moderne Fahrzeuge hier sind. Na, da ist ja voll, das geht ja gar nicht. Ähm, wer hat da das gleiche Auto wie ich? Ich sehe auf jeden Fall nochmal einen Camaro. Also zwei Camaros. War der nicht schon vergeben? Die 17er Variante, die 15er. Ah, die 17er. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Hey, die ist. Nee, die Liste passt. Ich habe gerade wirklich schon. Alter, als ob da ein Huracan steht, ne? Das kriegt die Juhu. Und GTR und, ach, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Hallo. Also, die Folge ist hiermit vorbei. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Aufmerksamkeit. So, sind alle da schon? Nee, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Doch, zwölf. Alle vollzählig. Dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach die Reihe direkt durch, dass wir ja auch zu der Action gleich noch kommen. Dann fangen wir bei Kolub an. Einfach kurz sagen, was du gezogen hast, was du ganz grob gemacht hast. Nicht lange ausholen, weil, ja, sonst geht es zu lang. Äh, ja, ich habe gleich diesen Ford hier gewonnen, dann 35.000. Diesen Ford, das klingt so geil, ein Ford GTR. Ach, diesen Ford hier. Ja, diesen Ford hier, den man da sieht. Diesen Fiesta oder so. Ja, dieses rote Ding da mit den weißen Streifen. Ähm, dann habe ich 35.000 gezogen und dann 45.000. Und dann Vollaufbau. Ja, hast du schon mal, ja, egal. Ich meine, es kommt zum Schluss, dann machen wir, äh, Now. Äh, ich habe 50.000, 75.000 und dann den Toyota GT86 und den musste ich dann halt für die, für die Hälfte von dem Wert, ja. Und ich habe fast Vollaufbau. Ja, und den GT86 zu erklären musste er weggeben, weil wir den schon mal hatten, in der Weedspin-Forge. So, genau. So, dann Broskiller, der macht so den Counterpart mit dem 350R Shelby. Ja, ich habe 3x 75.000 gezogen. 3x 75.000? Hintereinander. Alles klar. Hintereinander, ohne einmal zu wiederholen. Ich habe, ich habe mich schon gefreut. Habe mir für 75.000 die Karre geholt. Hatte dann noch ein bisschen Geld. Vollaufbau, TwinTuber drauf. Ja. Ja, ja, ich hasse dich. So, weiter geht's. So, ich wollte 1.100 Newtonmeter haben, also muss man das Ding haben. So. Also nochmal zur Erklärung. Jetzt wer hier anfängt zu tunen nach moralischen Sachen, der hat das Format nicht verstanden. Hier muss man einfach alles machen, was geht. Sonst funktioniert das Format nicht. Ja, Suchuk? Ich habe einmal 100.000 gezogen, dann 35.000 und dann 20.000 und habe dann 2.300 GTR genommen und einen Vollaufbau gemacht. Und du hast dir noch von dem Geld auf jeden Fall einen Ventilator oder irgendwas gekauft, weil den hört man schon wunderbar im Hintergrund. Äh, äh, ja. Achso, das ist Kolob, okay. Ja, dann hat er sich den Ventilator noch gekauft. Ich denke es mal kurz das Headset. Ey, brauchst du nicht. Äh, ja, dann Renegade. Ähm, ja, ich hab voll gut gezogen. Äh, Kolob, kannst du bitte dich muten oder so, weil das ist echt nervig. Äh, ich hab erst 100.000 gezogen, dann 50.000, dann dann 2.000. Genau, also durfte nochmal ziehen und hab nochmal 100.000 gezogen. Hab mir dann den GTR gekauft und Vollaufbau gemacht. Joa, kann man, kann man machen. So, dann Simply, der auch schon einen kaputten Scheinwerfer hat bei mir. Ja, bei mir auch. Äh, ja, also ich hatte 15.000, 100.000, 100.000, hab mir davon, ich glaub ne Viper ist das, SAT 10 geholt, äh, V12, Allrad, weil ich ein Noob bin und ein bisschen Dekorartikel. Weißt du, du hast, du hast grad alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. V12, Allrad und ich glaub, es ist eine Viper. Ich sag ja, ich bin ein Noob. Ich hab auch einen V12. Und ich glaub, ja, vor allem der Satz, ich glaub, es ist eine Viper, ja, kann man mal verwechseln. Es könnte auch ein Escort sein, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. So, dann Scarface. Äh, ja, 50, 115. Äh, den schönen C63 für 90 geholt und dann halt reingehauen, was ging. Außer den V10, das konnte ich mir nicht antun, das, nee. Okay, ja, dann Andi. Ja, zweimal 75.000 plus einen F12, den ich abstoßen musste. Heißt, ich hatte 360.000 und ja, Vollaufbau. Und an die Flickrera, ey. Mit der Ventador-Motor. Dann, Challenger. Der ist mir sympathisch, schon auf den ersten Blick. Ich hatte zweimal 15.000 und einmal 20.000, dafür hab ich mir dann halt den Fiesta gekauft für 25.000 und dann halt ein bisschen noch was eingesteckt für 10.000. Okay. Dann, äh, ja, Hans und Huber. Tja, witzige Geschichte. Einmal 75.000, dann 40.000, dann hab ich einmal 2.000 gezogen, hab ich nochmal gezogen, hab die 2.000 weggeschmissen, dann wieder 2.000 und dann nachdem hab ich nochmal 75.000 gezogen. Dann hab ich mir dieses Prachtexemplar gekauft für 86.000, glaub ich, waren das. Hab alles reingeknallt, was geht. Hab mir überlegt, ob ich ein V12 reintun soll, aber das konnte ich mir Andi jetzt nicht antun. Ja, und für dich hab ich den Andi, es geht hier ums Format, ne? Ja, ja, ja. Für dich hab ich jetzt eben dieses schöne, etwas speziellere Pink geholt, das ist ein bisschen mehr reflektiert im Licht. Sieht zwar einen kleinen Ticken dunkler aus, aber muah, perfekt. Ja, boah, beim Licht, ey, das, das erregt das Gerät zwischen, naja, egal. Äh, ja, dann Pixelux, der sieht mir auch sehr sympathisch aus. Ja, ich hab erst 25.000 gezogen, dann noch 15.000 und den Jaguar, hab Allrad, Offroad, Fahrwerk und halt noch ein bisschen Motor-Tuning reingetan. Alles klar. Ja, gut, ich hab ja gehört, viel 100 und 75.000 und ihr seid doch alle scheiße. Ich hab nicht einmal sowas Tolles gezogen. Ich hab nämlich 25.000 gezogen, dann hab ich noch den wunderschönen M5 hier gezogen. Ähm, und dann noch ein 370Z, der einen Wert von 40.000 hat, also Hälfte 20.000 macht in der Summe diesen M5 plus 45.000 zum Tune. Ja, wunderbar, was macht man daraus? Man probiert viel aus und man macht die absolute Todzündung, man baut natürlich einen AMG-Motor in einen, äh, M-Power BMW ein, war aber die günstigste Variante tatsächlich, ja. Ja, und, äh, dann noch ein Twin-Turbo draufgeklatscht, Allrad rein, ja, was keine Todzündung mehr ist, der neue M5 beweist, dass man jetzt mit Allrad hantiert bei BMW. Ähm, ja, alles irgendwie in Leistung gesteckt, weil ich gedacht hab, vielleicht kann ich halt den einen oder anderen in puncto Leistung schlagen, aber, ha, ha, ich mein, ja. Ihr seid einfach kacke, ey, ich hasse das Format, ich hab keinen Bock mehr drauf, ey, jedes Mal muss man so in die Fresse bekommen, ey. Jetzt hatte ich einmal Glück in dem Format, ein einziges Mal das letzte Mal. Ja, aber ne, äh, was soll's? Andi? Ja. Könntest du doch mal eben ganz kurz was drüber schmeißen, wie eine Einladung zum Beispiel? Nö. Du, Ray? Ich hab ja am Ende noch... Ich hab ja am Ende noch Müll, kann ich hingehen. So, es wurde sich gewünscht auf jeden Fall, dass wir immer das Track Race machen und deswegen machen wir das jetzt, äh... Ja, aber wartet mal eben, ich muss mal ganz kurz hin wieder reinkommen, danke. Da würde ich auch noch was sagen. Wartet mal neben, weil ich hol mir ein anderes Auto. Ja, genau. Ne, äh, ich, ich bleib bei meinem, bei meinem schönen Muster. Ja, ihr könnt jetzt nix mehr wechseln, jetzt habt ihr euer Auto, ihr dürft jetzt mal nix mehr tunen, das ist jetzt... War ja auch nicht. Stand der Dinge. Ah, man muss sich quasi für alles wappnen, für alle Infiziert-Spiele und so. Wenn man dann die Signalfarbe, äh, Pink, so gut ist, weiß ich nicht. Ich hab, ich hab Alra drin. Ist das irgendwo halt? Darf ich nicht so eine Frage stellen? Natürlich. Ähm, bei den Track Race, geht man da automatisch in manuell, oder...? In manuell, du kannst auch... Nein, wenn du automatisch hast, hast du automatisch. Auf jeden Fall muss ich grad tatsächlich kurz nachdenken. Ist so. Ich bin, in diesem Spiel noch nie automatisch gefahren, irgendwie. Äh, schon, aber ich hab ja auch einen Fortschritt mit Alra. Aber automatisch und manuell, das waren wir zu eng zusammen, in dem Satz. So, ja, wir fehlten jetzt hier noch. Ja, ich brauch noch ne Einladung. Ja, dann lade doch den... Oh, der Jaguar! Pff, die Frau. So, wir machen kurz nen Cut und sehen uns gleich in der Startlinie wieder. So, da sind wir wieder. Uuuuh. So, jetzt Hosen runter, ja? Hab ich eh. Nein. Ja. Ja. Hab den da hoch. Hey, ich hab nicht den wenigsten Ali, das ist echt... Also der Fiesta, wie schon gesagt, ist mir sympathisch und der Jaguar ist mir sympathisch. Der Fiesta auf S1. Es geht? Ja, klar. Ach, ist doch doch scheiße. Aua. Schon keinen Bock mehr. Äh, Sabi! Äh, Sabi! Ja. 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 Fuck. Als ob ich nichts falsch gemacht habe. Also ich hab meinen GTR auf Kursen aufgelegt, nicht auf Track Race. Ui. Ich hab meinen auch auf den Kurven. Was? Oh, Ray? Unsere Zeiten? Ja, hab ich einfach mal so ein S2 938 Li Fahrzeug geschlagen. Bäm. So sieht's aus. Mit der Camaro passiert. Ja, äh... Alles in Rennreifen investieren. Ähm... Keine Worte. Keine Worte. Sack schon Antwort genug. Ja gut, das ist die einzige Disziplin, die der M5 kann. Ah, aber gegen solche Gegner, hm. Ja gut, da ist auch der, der, der Huracan direkt nach vorne geschossen. Was? Hey! Warte mal. Oh, ich hab einen Wealspinn bekommen. Die ersten 20 Meter. So, Flugtest können wir auch schon mal machen. Ich muss ganz kurz noch, hab ich ganz vergessen, Zufallsgenerator vorbereiten, weil wir müssen ja gucken, was wir als nächstes hier angehen. Ich hab einen Wealspinn und einmal verschaltet. Wenn signalisiert wird, hab ich einen spontanen Disconnect. So... Och, Andi! Jetzt seid ihr auch nicht so! Will mich vielleicht jemand anschieben? Nein. So... Vielleicht... Flugtest. Komm drauf an. Schieb deine Nuckelfinne da weg. Ich fliege, ich fliege! Ich falle. Schieb deine Nuckelfinne da weg, genau. Äh, Simply, was soll das werden? Wenn ich fragen will? Frank Race! I'm simply the best. Döööööhh! Ja, weil der macht hier so an meinem Auto rum... Es sinken nicht genug, ja. Es regnet Autos! Kann meiner runterzählen? 0 3, 2, 5 Boah, da geht's einfach so los So, jetzt darf ich nochmal fliegen Also, der Nao darf sich ein Gefahrenschild ausrufen Oh Oh, die Scheiße Boah Gefahrenschild Ja, dann nehme ich das direkt hier rechts neben dem Flughafen, ne? Flughafen Gefahrenschild Ja, auch gut fahren Äh Äh Oh, schade, warum hab ich jetzt nicht die G-Klasse vom Aufholfahrwerk? Oh, da bin ich gefahrenschild Der war da, das war doch der Jaguar mit dem Aufholfahrwerk, oder? Ja Ja Okay, der dürfte jetzt Vorteile haben Okay, was? Flug, Flug, plups Flughafen ist direkt daneben Äh, warte mal, ich hab auch ein ähm Glende Warwerk drin Achso, okay, 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 okay Ja, dann sammeln wir uns Ja, da wo Scarface steht einfach Passt schon Wo steht denn dieser Scarface? Ich weiß Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ah, da Da wo alle Punkte hinfahren Oh Mann, jetzt ist mal ein schöner GTR-Veckel Nee Geh Geh weg Fort Ja, alle beide Fort Geh weg So, ich mach mal ne Puppenluge da hin Fort, geh fort Vom Fiesta erwarte ich ne richtige Flugshow Caress Ja Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich treff die Rampe nicht Ja, wer die Rampe nicht trifft Müssen wir auch landen? Ja Ja Wenn's fehlgeschlagen ist, ist es fehlgeschlagen Oh nein Na gut Bei mir ist es auch fehlgeschlagen Von mir aus Ich hab mich davor Überschlagen und bin stehen geblieben Ja, wenn da Wert steht, steht da ein Wert Ist ja dann egal Ich hab keinen Wert Fehlgeschlagen ist fehlgeschlagen Und nicht nochmal versuchen hier zurückzufahren, ja? Leute Äh, ich stand davor Ich bin noch nie gesprungen und hab mich überschlagen Rando, ich bin hier drüben gelandet Ja Halt's auf Halt's auf Boah Ich bin bisschen schief angefahren Und ihr dürft, ihr dürft Äh, oder ihr sollt runden einfach, ne? Also bei Komma 5 auf Nein Und da runder, runder Ist einfacher einfach Gut, ich bin hier gelandet Also zweiter Versuch zählt jetzt nicht, oder was? Nein, nix zweiter Versuch Ein Versuch hat man Das ist ja der Spaß dran Wer's verkackt Wer nicht springen kann, der gar nicht springen Ok Ist der Fiesta überhaupt abgehoben? Ja, ich hab... Ja, ich hab... Das ist ein Camaro bei einer Autoshow Und dann gewinnt er wahrscheinlich Und dann gewinnt er wahrscheinlich Gila... Äh, ich hab auch 189 Was? Ja, wer... Wo ist denn... Wo bist denn du überhaupt? Ich finde dich gar nicht Gila steht zwei neben mir Von dem ist die Namen werden nicht immer angezeigt Ich muss ja mal kurz durch Radar mit... Genau, hast du gerade gerannt Mit... 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 Und wer war der zweite noch? Äh... Renegade Äh... Renegade Eben ist er hinter dir quasi Ich weiß sogar noch die... Ich weiß sogar noch die Kommazahl Das waren die 88 189,8 Ja, das kann man sich merken Haha, 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 haha Ja, wenn du eine 189,88 Dann darfst du ja aufrunden Hab ich ja gesagt Nur was macht die Viper da vorne Und dann... Gar nichts Dann hab ich auch die 2... Äh, die 190 geknackt Und dann... 189,9 Erdhaft Ne, da machen wir... Da machen wir jetzt Stechen Und zwar im Rückwärtsgang, hm? Wer schafft's im Rückwärtsgang? Da müsst ihr ja auch nicht so viel Anlauf nehmen Weil... Ist ja... Ist ja, ne? Ich geh mal die Drohne Ist glaub ich besser zu sehen Jetzt im Ernst? Jaja, ihr zwei mal diesen Stellen Wir brauchen Sieger Sonst geht's nicht weiter, hm? Das ist... Braucht nicht so viel Anlauf nehmen da Ja, ja, das reicht von da Gucken, ob das überhaupt geht Im Rückwärtsgang Das haben wir nie gemacht Von ganz da unten jedenfalls nicht Sah auf jeden Fall gut aus Und ich war getroffen, jawoll Hast nicht getroffen? Ja gut, dann haben wir... Haben wir einen Sieger Äh, wie viel hast du denn aber geschafft Der Vollständigkeit hat? Äh, 40 Meter 40 Meter Ist ja so viel wie Der Fiesta vorwärts geschafft hat Ja, 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 ja Ja, 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 ja ... darf kolob darf entscheiden welche also ich gerade mal schauen ich nehme die gold also des offroad dingens ja okay von welcher seite soll man sie denn fahren das darfst du auch noch entscheiden okay von osten oder von westen her von westen von westen von westen ja also direkt fang dann wieder von einer irgendein hohen zahl an und geht dann runter dass man einen sieger ermitteln können und so wenn wir jetzt ein einzel durchgehen vom wert her dann zieht sich das eben zu lang und das ist ja dann auch nicht reicht ja dass ich heute alles verlieren werde von dem herz ist okay das ist genug demütigung muss ich nicht noch muss ich nicht noch preis geben wie schlecht ich weiß wie sich das anfühlt die zuschauer du hast jetzt einmal die insetta gehabt und deswegen musst du jetzt nicht hier erzählen wie schlecht es geht sonst immer super autos ja ich habe nur gesagt ich weiß wie sich das anfühlt aber du weißt nicht wie sie es anfühlt irgendwie zehn gefühlte zehn wheels will folgen so viel gab es noch gar nicht egal immer scheiß zu haben so kommt mal alle her hier hier geht es los nämlich fliegen sie ja ist das dein ernst da könnte jetzt der hallradler ganz gut durchkommen ja das ist gerade das schöne was ich da drin finde leute ihr solltet ich die driftzone schon abdriften ihr sollt jetzt hierher kommen testen ich bin auf dem direkten weg gleich mal das schild abknallen moment ich kümmere mich um den das nächste trifft schild fliegt weg ja ihr seid geil direkt vorne die faden schon wegzuräumen so jetzt hopp hopp kollub komm hopp 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 du hast ausgesucht also go ja gut das war der Fallträger das hier los auf die Straße ja genau war da die c-klasse weg schwindlig jawoll hat er mir gleich Gas getrunken ich glaube Profi trifft er mich gerade wieder driften habe ich das Ding gar nie aufgebaut also wenn das jemand geschafft hat dann Respekt ich mache nach Zwitschok ja ich mache dann die alles klar ja ich glaube ich hätte die Verteilung auf Heck verteilen müssen ich konnte gar keine Verteilung das Differenzial war zu teuer kennen sie das wenn das Differenzial zu teuer ist muss man auch mal können wobei Nao wenn er so weitermacht dann könnte Drift fehlschlagen alle durch das hat mich jetzt gedriftet okay ja wunderbar dann Andi war ja dabei mit seinem Überhurrakan deswegen müssen wir glaube ich die Punkte ein bisschen höher ansetzen ich danke dir für deinen Vertrauen aber ich kann nicht ja moin so dann dann wieso höre ich mich immer doppelt ey müssen wir also ich glaube ich muss irgendwann mal zum Schutze meiner Zuschauer hier mal eine Mikrofonqualitätscheck einführen und wer dir nicht bestehen darf nicht mitmachen das ist ja Wahnsinn dann musst du es machen so ja wer nicht wohl in Zukunft machen müssen so ähm ja dann also wer hat die 300.000 geschafft ich bin ich Niemand gut 200 muss ich auch nicht fragen äh fangen wir mal realistisch an 80.000 realistisch also ich denke der ein oder andere Profi nein der Rekord liegt bei 80 bin ich mindestens warte gucken wie wo der Rekord liegt bei 63 echt jetzt so schlecht oder da bin ich ja ganz ganz knapp dran vorbei der ist Amateure 10.000 doch nicht hab mich hier bin ich ja gar nicht so schlecht das war Freunde und Club global ist es bei 105.673 ja naja ich hab mal ich hab mal auch gar nicht so schlecht geschaffen mit dem Toyota Trueno haben wir mal gemacht hier ganz gut ne egal äh wo waren wir 80 hat niemand dann äh 70 60 4 der Renegade war das wieder oder was ja du räumst jetzt alles ab oder was 61.000 61.000 ja wunderbar hat jemand bei 50 ja genau die 50.000 und sonst alle auch drunter okay ja dann machen wir mal weiter bei 40 niemand 40 oder mehr seid ihr alle so schlecht ich hasse dich ich hasse dich renegade ich hasse dich ich hasse dich und 30 ja ich ja ich habe die japaner auf ala jetzt kommen sie alle also ich kann schon mal erzählen dass ich die 30 nicht geschafft habe so ich auch nicht so was mit dem scheiß ich habe es nicht geschafft also so viel zu viel downshows guck dir an wie tief das scheißding liegt guck dir an wie tief meiner liegt ich kehre die ganze Steine weg egal machen wir mal weiter wenn wir noch ein bisschen Action noch haben das nächste was wir machen werden ist okay das ist nicht so spannend aber wir machen es trotzdem da muss ich auch niemanden fragen wo wir das machen wir machen einen Vmax Test gehen wir fahren einfach schnell rüber zur Autobahn ist gleich am einfachsten au das war zuvor schon wo das Vinko-Sound wäre alles wie viel Geschwindigkeit drauf ja welch auch weil das ja schon muss ich scheiß Mercedes-Fahrer oh shit ich fahre einen halben Mercedes ich fahre einen halben Mercedes ich fahre einen Dmc herz Mercedes immerhin kannst du nur sagen du fährst ein rein deutsches Auto ja das war das Ziel also was anders ich habe einen rein anliegen mach dein A und das Auto ein A ein Arschiges aber es bleibt mir hier schon stehen da vorne ist auch der Sponsor hier war die Markierung hier war die Markierung das war nur eine richtungsweise hier geht es los wie immer bei diesem bei dieser schwebenden ne Sponsor da wo ich reinfahren will Sponsor ich kann ja schon mal loswerden hier holt mich die Hurra da ein ok ich fahre hinterher komm schon Pekka Hurra Kahn also wenn ich es geschickt anstellen dann könnte ich irgendjemanden den Top Speedfest versauen hier liegt gleich alle losfahren hier liegt gleich alle losfahren das ist das was sie geht und wie das denn Renegades weg dich weg dich nein nein weg ist zu schalten also sagen wir es mal so die Geschwindigkeit die ich mit dem M5 erreicht da habe ich nicht Achtung wenn ich die Fahrt in so einem alten Klapperding ein ey Pixel Lux du leckst so krass oh sorry ja kein Problem immer mehr da immer mehr fuck Boah Schallbau Boah Schallbau Puff Achtung Achtung Kartoffel Amerikanische Kartoffel Bobs Geschwindigkeit Bobs Geschwindigkeit eigentlich nicht naja ich habe einen Malerschaden wie viel muss man auf dem Tacho gehabt haben oder wie lange muss man diese Zahl auf dem Tacho haben nicht Geschwindigkeit ich habe es gehört können auch viel zu mitgesen sein aber egal ja gut ich glaube es sind eh schon fast alle durch bis auf der Fiesta nein aber auch noch der dürfte dauerhaft in den Begrenzer fahren oder nicht ne ich komme nicht mehr in den Begrenzer also ich habe mein Getrie perfekt ausgeloadet ich bin kurz vor dem Begrenzer und dann geht nirg ja aber super ja ich auch naja egal aber wir auch wer hat wer hat denn die 440 geschafft König Sack Monturon ihr seid so schlecht nicht mal 440 kriegt ihr drauf ey Hammer Jaguar Type D hat man leider nicht geprägt ja das stimmt ähh 4 430 ja 4 alles klar ok wie viel genau bei euch 435 435 nein oder dann wissen wir ja was jetzt drankommt und nicht nur mal rückwärts gehen und dann fahre ich direkt hinterher ich dachte schon wieder ist schlecht was soll der Scheiß dann fahre ich direkt mitfahren GG ähh hallo was machst du da ja mitmachen nur die beiden die ja 435 das ist 435 drauf bergrunter ja 435 sehr report ja mit dem Seenpaar da wer kurzen kurzen rückwärtsgang Übersetzung hat wieso ich glaub wir glaub ich sogar gewonnen oder wie viel hast du rückwärtsgang ich bin mir nicht sicher ob da 118 oder 116 manchmal steht ach du Scheiße was 118 oder 116 ja jetzt sind 118 ja kommt ungefähr hin ha 119 jawoll ha ha herzlichen Wunsch du kannst du kannst ganz ganz schnell einparken ja wenn du es kannst ich bin bei 110 was soll der Scheiß ich schaffe nicht nur 100 naja was solls gut machen wir weiter ähh nächste Kategorie 100 wir haben heute irgendwie nur so komische Sachen ey also nicht mal ein Rennen wow so der nächste der was entscheiden darf ist der ProSkiller und der darf nämlich ein Offroad Rennen suchen oh 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 und ich suche euch das schönste Rennen raus und zu der das Redstone Pistenweg fahren ach nein du bist doch ein Arschloch du bist doch ein Arschloch was Redstone wo ist denn das zu finden dein Ernst äh um ähm über dem Flugplatz achso das neben dem Festival ne ja ja dann alle mal eine Schnellreise dahin bitte ich bitte ich bitte darum mich nicht zu hassen direkt neben dem Festival äh im Outback zu spät zu spät ah und dann bitte aber im Regen ja das Sande Kombi das fängt ja grad schon an zu regnen von dem ja jetzt ist es merkwürdig ich hab gottsegen Allrad drin aber was bei der Nacht auch noch ich hab zwar Allrad drin aber ich hab äh Schlicks drauf das ist ein bisschen doof Moment ich bin noch bei der Steinreise aha sieht echt merkwürdig aus ja zu grün und dieses Pin guck grad er macht rein das ist doch schön was guck oh gottes willen also was Nachtwisser oh what the fuck was ja genau Nacht Regen und äh ja genau nicht Nebel doch schon Regen ja ja leichter Regen starker Regen starker Regen oh komm du willst dich doch verarschen oder? Kollision an oder aus? an oder aus? an an oh ach man ich hab in der Folge eh nix zu tun ich hab grad so die richtige legt mich am Arsch ein Das ist doch das ultimative Signal dass er dann weiß dass es selber nichts auf die Reihe bekommen wird ja also mir ist alles recht weil ich äh ja hab eh keine Chance hier ja wobei ich fühle mit dem Fiesta mit das ist mein Pro heute ja absolut ey mich schiebt einfach KI weg gg aber ich kann schon mal ankündigen in der nächsten Wheelspin Ausgabe könnte sich alles ändern ja dann fahr ich ein Fiesta oh oh und was passiert wenn Andi ein Fiesta fährt das sehen sie in der nächsten Folge von mir doch egal ich zieh doch nie Williamsburg dieses Format finden sie exklusiv nur auf YouTube dieses Format wird ihnen präsentiert von Uber wir machen die Auto pink wie nennt's die Folge ist mir doch egal ja das wäre eine Möglichkeit ich weiß noch nicht wie ich die Folge nenne das wäre mir jetzt auf das Andi sogar eine X-Klasse ist irgendwas stimmt mit dem Wetter nicht also bei mir stimmt irgendwas mit dem Wetter nicht also bei mir stimmt irgendwas mit dem Wetter nicht boah ich hab ja richtig geil beleuchtet die Innenanzeigen sehe ich jetzt gerade alles so richtig roh das ist ja geil Aua äh tschuldigung du hast in die Viper Alras reingeschaut ne ja oh klar ich hab nur mit der Viper bei dem Wetter hehehehe kennen sie nicht die Alras oh überall schlittert ja nein Aure war dann definitiv ne Schlau unterholt sie dich schnell das würde mir echt helfen und da schrinkt sie weg oh unterholt sie gleich nein sorry wenn man schon nicht fahren kann dann sollte man wenigstens eine andere Lichtesman versauen boah Andi sorry wow ooooh Andi ist böse Worte ne ich bin letzter ich hab wahre Worte boah fuck ey das geht auch nicht boah die Alrabs zieh alter schnell leih wie's macht sie jetzt hehehe heißt die Katze Katze ist die Katze Pink die Katze Pink ich glaube nicht ich würde schon an Tierquäler beigrenzen für diese genau für diese es gibt es gibt es gibt Pinke Muschis ja aber Aaaaaaah get marks hi don't you see hi alter aua sorry oh also dieser dreckige Nissan hier der der kann doch nicht schon wieder gewinnen ach aber für ein Offroad rennen geht die Schrecke was ist das für eine Strecke ja das ist ja auch weniger an Offroad als dass es mehr so ein Dingenbrennen ist damit er ist halt alles schön flach ja Schotter und so alter der mich nicht kriegt ist eh eine Pfeife ist jetzt auf der Fiesta meine? kann ich mich gleich löschen was nicht mein Ernst vielleicht den soll ich bitte er hat mich schön blockieren komm den Luchs den kriege ich noch weil ich schon zwei gewonnen habe nein Junge kein Dreck war einfach komm 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 jo der brennt mal schön an und ja ich hab mal ja so ja klar jeeps auf das spring ach komm boah ich glaub den Zaun hätte ich nicht mitnehmen sollen boah fuck bringt's ja richtig aus dem Tritt hier alter beruflich ok wenn ich den Zaun nicht mitgenommen hätte ich mich glaub nicht mehr gewinnen ist egal Bray du bist vor den Shelby und dem Ford GT und dem Camaro und dem Fiesta die 1200 Newtonmeter sind dann doch zu viel für den Offroad öh da fährt jemand im X-Fahrzeug und kann nicht mal gewinnen äh Lukas hast du Wegweintrieb? nein aber äh 90% nach hinten verlegt ja und ich hab 94% nach hinten das ist keine Ausrede wirklich ich hab mehr Leistung mehr zu Fiesta Fiesta 1100 Newtonmeter ich hab den Aventa Dormund vor ja ich habe mehr Leistung mehr zu eh Schneepilvergleich Fiesta 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 Mexikana Fiesta Wollt geb ich für alle zum Abschied fest Fiesta ich dürfte dich für die finale Runde bitten ein Gebiet auszusuchen nein oh Gott nein auch nö nicht mein Rennen oh Gott ich mein Strassenrennen hör Fiesta hop 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 jetzt kommt's infiziert hop 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 nein hop 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 Skarface komm was Schiffswrack nennen. Einfach nur ein Gebiet. Jaja, so ein Gebiet halt. Wo man so Gebiet... Gebieteszeug macht. Ähm, wenn ihm das Flugfeld, äh, in, in, in groß. Große? Nicht XL. Obwohl, ne, wir können da eigentlich XL nehmen. Wir wissen zwölf Leute, dass das... Ich weiß es nicht. XL finde ich gut, weil ich hab viel Leistung. Ja, das ist drin, aber... Okay. In anderer Folge wären wir nass. So, ich bin froh, wenn das rum ist. Mein Gott, ist das ein Scheißwettergrad. Der M5 wär schon cool so, glaube ich, wenn wir halt auch so mehr oder weniger zum selben hätten schöpfen müssen, hätten tun, egal. So. Ene Minimo und gewählt wurde folgendes. Leider. Leider, leider nur, das gewählt worden. Infiziert, bitte, bitte, bitte. Jetzt ist es Flaggen, ja. Dann lass Andi infiziert sein, bitte, 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 bitte. Ah, ne. Schreck ist es Flaggen, ja. Ich hab ne Chance. Jetzt ist Andi infiziert. Nein, nee, der hat doch den Hurrakan. Nee, der hat doch den Hurrakan. Ja, und ich komm im Hurrakan. Also, sagen wir so, wenn Andi infiziert ist, dann ist es einerseits lustig, andererseits aber auch nicht, weil er halt das stärkste Auto hat, ja. Ja. Hallo, ich komm. Das könnte nicht lustig enden. Lustig, aber einer ist jetzt auch traurig. Wir können ihn schon mal abhauen, üben. Wobei, er hat letztens schon mal enttäuscht, was sein Infiziert-Status angeht. Er ist schon lange nicht mehr infiziert gewesen. Das ist echt traurig, Andi. Das ist echt traurig. Bei mir ist keiner infiziert. Bei mir auch. Bei mir auch in der Kamera. Nao und Felix Kolob. Der Nao und Kolob ist ja nicht. Als ob. Ey. Ich erinnere mich noch daran, wo das so gepackt hat. Wo bei zwölf Spieler auch zwei infiziert waren. Aber Andi musste als dritter, was eigentlich gar nicht geht, auch noch infiziert sein. Es waren gar nicht mal zwölf Spieler. Es waren, glaube ich, nur acht oder so. Ja, okay. Aber trotzdem, es war halt einfach Park. Ich weiß schon, wo du hin willst. Nee, will ich nicht. Fabri, kommst du mir. Brauch dich. Wo bist du? Nee. Was mach ich? Bei mir ist einfach drauf. Bei mir ist gar keine infizierte, oder wie? Andi aufhalten. Das Ali, ich hab ihn. Bei mir bin ich überleben, da. Andi, bist du auch da? Jetzt, nao. Oh, nicht eindrehen. Hä? Nee, er ist wahrscheinlich so halb schon am Ausrasten. Weil du mir infiziert gemacht hast. Andi? Hey, ich hab mich gerammt und es passiert gar nichts. Ich glaube, Andi ist kurz AFK. Ist auch stark. Also Andi ist AFK. Das war knapp, würde ich mal behaupten. Gott sei Dank hat der V8 nach vorne gezogen. Lustig finde ich auch, dass bei Now bei mir eine Zeit abläuft. Ja, bei mir ist er. Aber ich hab grad mir gerammt und es passiert einfach gar nichts. So. Ich glaube, Now ist offiziell gar nicht infiziert. Ja. Hey lol. Hey lol. Hey lol. Du, ich hab so ne Zeit. Hätt ich auch laufen müssen. Hey, gib es gar nicht. Du hast mir grad schon den Risiken drauf. Nee, jetzt, jetzt, jetzt läuft bei Now nichts mehr. Ja, ja. Ist sowas schon grad grad weg. Ja. Ach du feiniger Wind. Juhu. Zombies, holt mich doch. Ah, jankt mich, aber nicht die auf der Rampe. Ey, das ist ja mega asozial. Ach du Drecksack, du Drecksack. Weg, Renegade. Boah, mich. Warte, nein, die nicht. Fahr weg, fahr weg, fahr weg. Du brauchst nicht runterfahren. Du brauchst nur aus meiner... Genau deswegen sollst du mich runterfahren. Nein! Nein! Bleibt nach stehen, Thorsten. Bleibt nach stehen, bleibt nach stehen. Könnt ihr mich Ray verfolgen? Könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen? Wieso immer auf mich? Ah! Bin ich wohl die Liebe zu persönlich überhaupt? Huiiii! Sagt mir mal, spring ich ihn einfach mal. Wankens Kaffees. Ich bin weg. Wuiiii! Wieso seid ihr auf einmal so viele? Ist ja richtig schlimm. Jaaa. Weg mit euch! Ihr üblen Kreaturen der Hölle! Hey, Renegade! Alright! Was machst du da? Nimm den mit dem Viper, der ist... Einer von uns! Einer von uns! Einer von uns! Teil des Schiffs! Teil der Crew! Oh fuck, da geht's ja besser! Fuck, Ruckel! Einer von uns! Einer von uns! Jaaa! Ach komm! Du bist durch den Geist durchgefahren! Warum zählt denn das? Ach fuck! Ich lebe jetzt noch Challenger nicht mehr! Der Fiesta lebt doch! Aber ich leuchte! Nee, nee! Das hat nicht mehr gezählt bei dir! Und dann bin ich aber zurückgesetzt und war noch geghostet. Aber dann ist einer durch meinen Ghost gefahren, das hat trotzdem gezählt dann. Das war ich, der durchgefahren ist. Aber es hat sowieso niemand überlebt. Von dem her hat keiner gewonnen. Finde ich lustig. Zuerst infiziert, ist trotzdem nur drittletzt. Ein hoch auf das Spiel. Kolob war so schlecht, erst nach null Sekunden war er schon infiziert. Jaaa! Das ist ja also... Perfekt. Ja gut, das war der gründe Abschluss dieser Wheelspin-Ausgabe. Was ich halt gut an diesem Format finde. Jede Folge läuft dann doch irgendwie anders ab. Nur eins bleibt eigentlich immer gleich, bis Ausnahme die letzte Folge. Ich habe irgendwie die beschissensten Spins. So, ich gehe mich jetzt mal graben. Und dann, wenn ihr Lust habt auf eine weitere Wheelspin-Ausgabe, dann grabt mich irgendwann einfach mal wieder aus. Tschüss! Bye, boys! Bye, boys! Bye! Tschüss! Tschüss! Double peace!